Eins Drei Zwo Eins Was geht Meine Freunde Einer weiteren Folge Papp hier auf meinem Kanal Wie geht es dir stets ans Kanal Gestern kam eine Folge Fortnite auf meinem Kanal Ich bin das ja fleißig am Streamen mit dem Mixerino Immer mal alle paar Tage Deswegen folgt mir auf jeden Fall auf Twitch und auf Twitter Damit ihr immer mit einem Up-to-Date seid Und wisst wann wo was geht Und Ja Da haben wir eine korrekte Runde hochgeladen Da wird doch noch ein bisschen was kommen Mit Fortnite und so mit Mixerino Und deswegen checkt auf jeden Fall mal Den K-Nail ab und so Auch von Mixerino und so Die ist das Ananas Okay was haben wir denn hier alles Haben wir Steelplay Da haben wir ja unsere Fiber-Klot-Produktion Und hier haben wir noch unsere Produktion Ah genau Wir wollten davon noch eins machen Ne Genau kann man ja machen So das kommt nämlich hier glaube ich B-Ring mal zwei Genau dann hätten wir nämlich schon mal Die Wasser-Angine So ähm Genau wir brauchen dann eigentlich nur noch Das hier Davon haben wir aber eigentlich sehr viel Da können wir bestimmt ein paar Hoodies draus machen oder Schauen wir einfach mal Casual Hoodie zweimal Wir können sogar öfters machen Wir haben einfach nur Zu wenig davon So das ist eigentlich gut Gut Gute Leben Diese Ja Kopf So machen wir hier Zack 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 Kommandar Casual Hoodie Noch mal zwei Stück On top So dann müssen wir hier schauen 30 Sekunden Der nächste Ready Dann kann man schon ein bisschen Leben Schinger hat überlegen Was können wir Ginger schenken Was können wir ihr noch schenken An Materialien Die sie braucht Um coole Sachen herzustellen Coolen Stuff Die meinte Die mag Macht gerne so Trinkets Und so Ich mein Crystal Haben wir dir schon mal geschenkt Sowas Hm Meint ihr Die mag Plant Fiber Wäre Das wäre ja schon läppsch Wenn die sowas mag Vielleicht mag die Delicate Fury Nein das hier Hauen wir mal eins mit Testen wir es einfach mal aus Mehr es schief gehen kann ja auch nicht Ja komm Gib jetzt Fiber Klot Damit wir fünf Stück haben Gib doch jetzt Bruder Jakob So Können wir nämlich Uns noch den Rest Ein Stück noch Craften So Können wir auch direkt Verticken Nämlich Und das hier Da wenden wir uns gleich zu Zu der Water Engine Zu Der Water Engine So die Frage ist aber Was haben wir Thursday Die Frage ist aber Wo verticken wir unsere Sachen Machen wir bei der nochmal ein bisschen Spirenzien Guck mal Dann giften wir den noch ein bisschen Fleisch Normal plus eins Jetzt verkaufen wir Ich hoffe dann kriegen wir ein bisschen besseren Preis Komm mal fast ein Taui Kann man machen Ja okay 500 Novas Normal macht die Auge So viel Geld hat die Tatsache das ist deren Bestand Oh we just looking for deals Ich frage mich gerade Jakob Das ist es Wir haben 15k erreicht Mit 665 Goals bekommen Also doch noch relativ viel Stand da nicht minus Voll viel Keine Ahnung Keine Ahnung was passieren ist Wir beruhigen uns alle auch erstmal Und gehen zu Ginger nach Hause Und gucken halt dass wir zeitnah ihre Augen küssen Liebe Ginger 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 es regnet Ah die ist safe draußen Die ist bestimmt draußen unterwegs Weil es regnet und so Da ist die sehr happy drüber Und deswegen ist die unterwegs Bissel mit Bruder Goost Ist die am chillen Aber ohne uns Dies hat auch so nen Regenschirm auf Ich hab der viele geschenkt Ach guck mal die sind am Talken Ich hab der viele Regenschirme geschenkt Auf jeden Fall mit denen die chillen kann Hm Jetzt muss ich ein bisschen Auge auf die machen Frage aller Fragen Wo bist du liebe Ginger Du bist bestimmt Ah ich wusste es Normal ist die Spazieren Ja ja ist okay Muss nichts übertreiben Einfach gar nichts gebracht Nein mit dir will ich gar nicht reden Schon mit dir RPSen Was warum geht das nicht Ah ok jetzt Weil der Bruder hat Auge gemacht Deswegen hat das nicht geklappt Ey die ist voll gut da drin Die gewinnt immer Normal Jakob Normal Jakob Jetzt noch schön Stein zerstören Wusste ich doch Ja mal weiß ich auch Obst du zwei Sehr nachhaltig Pass mal auf Auseinander genommen Jetzt macht die Blatt Und jetzt mach ich die mit nem Blatt kaputt Was hab ich euch gesagt Leute Warum abonniert ihr nicht den Kanal einfach Plus zwei wieder sehr nachhaltig Mit Stein Normal Jetzt machen wir Blatt Ah das war falsch Ich weiß was Leute was richtig ist Wisst ihr und jetzt kann man nochmal Stein machen Ok jetzt machen wir Schere Leute hört besser auf mich Boah nochmal plus zwei Sehr nachhaltig So was sagt denn Bilanz 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 Leute Herzen werden immer schneller hier Guck mal die mag das ja aktiv nicht Wir brauchen mehr Ressourcen Die wir irgendwie schenken können Um herauszufinden was bei der geht So wir müssen uns mit Gast aber auch Bisschen gut machen Was giften wir dem Puh Komm hier Scheinbar hat der Bock drauf Der traut sich nämlich selber nicht hier diese Anzugreifen Deswegen muss ich das für das Dorf machen Weißt du Ich komm ein bisschen nicht klar auf Leben Okay Leute Wir stehen jetzt zwei Sachen an Wir laufen jetzt erstmal nach Hause Und finalisieren unsere Water Engine Wenn wir das getan haben Kaufen wir uns das neue Grundstück Das wird nice Ich freu mich da schon echt lange drauf Weil ich mich echt frage wie viel größer ist das Ich hoffe das macht nicht so aktiv Auge Wisst ihr Das wär miese Miese Zeiten würden dann anbrechen Zack Ah guck mal da ist der Kollege Und machen wir dran So und dann nehmen wir das Nehmen wir So und dann gucken wir mal Wir müssen das da hinten auf jeden Fall anbringen Das ist auf jeden Fall ein zweiter Weg Kann man mal sagen Kann man mal den Didi Transporter in Anspruch nehmen Zwölf Minzen Ich hab hier so Kratzer in meiner Nase Ich hab die irgendwie so nachts selber gemacht Da hab ich mich gestochen Manchmal mach ich das hauptruflich Deswegen Ich frag mich ob wir Rein müssen in die Holzfarm Oder ob das auch von außen geht Ich wette mit dir das geht nicht von außen Ich wette das geht nicht wir müssen neu laufen Na doch ich glaub schon Aber Lass mich rein Das ist doch hier der See Ja ja Porsche Nummer 1 Hier waren wir noch nie Guck mal hier Was kommt denn hier hin Waterwheel Wir haben nur die Engine bis jetzt Kleiner Gauner Guck mal Puh Jakob Da ist die Zack am Stibbe So Ja ja Die war auch so groß Als wir die bei uns gebaut haben Assemblies Station Und da kommt dann Das Rad dran Waterwheel Dann kann das nämlich Nachhaltig Energie produzieren Klingt gut Klingt nach einem Plan Nach einem nachhaltigen Plan Vor allem nach nachhaltiger Energieversorgung Klingt das Man kann generell so ein Wasserfall Steckt ja viel Energie hinter Da könnte man auch noch sehr viel gewinnen von Ah guck mal da oben ist Church of the Light Verkleinend sieht die von hier aus Da ist eine Windmühle Kann man auch Energie von gewinnen Church of the Light Verkleinend sieht die aus Echt jetzt Wurde auf Das Boah Auf einem alten Gebäude gebaut einfach Ah guck mal Guck mal Wurde wir da haben Chat Cucumbus Ah und Michael Also Mixerino Der hat mir noch gesagt Dass ich Few Immer falsch ausspreche Das heißt Fur Das heißt einfach Fur Plus 4 Normal plus 4 Was sagt eigentlich Relationship Bei der Normal Ich kann ein Beine Hey wer hat das gesagt Wer war das Wer war diese Okay Leute Leute Jetzt kommt der langersehnte Moment Auf den wir echt lange gewartet haben Man kann schon sagen mehr als zwei Sekunden Finde ich Sehr fair So warum machen wir eigentlich Auge auf Fiber Clothes Wegen Plant Fiber Muss ich eigentlich Stanni bei mir Bei mir mittragen Stanni Stanni Boah 71 Äh Fö Das ist krass So Seid ihr bereit Leute Bitte groß Bitte groß Puh Bruder Jakob Ich hab so gehofft Dass er das bis hier hinten durchzieht Ich hab schon Auge gemacht Dass er das so ab hier macht Bis hier Jetzt können wir EZ Reno Guck mal Da ist das nächste For Sale Boah ich will gar nicht wissen Wie teuer das ist Ich wusste es Dass es 30k ist Ne Ich mach ein so Auge Aber Leute Das reicht schon Für dieses neue Assembly Station Ding und so Aber Workbench Muss man ja Man muss auf jeden Fall Umstrukturieren In dem Plan Ein bisschen Ich überlege die Assembly Station Hier hin zu machen Und dann sollen wir sie da Hier hin stellen So in die Ecke Also die große dann Wisst ihr Dass man außer von hier Zack Und daneben kann man dann Hier die Geräte machen Hier Und dann kann man hier Vielleicht sogar so ein Barn machen Barn Also ein Stall halt Den würde ich nämlich Schon gerne haben Langfristig betrachtet Aber jetzt müssen wir Wieder auf 50k 5k gold Hinarbeiten Wie Bruder Jakob Weil Assembly Station Ist halt nicht umsonst Ne Aber mit Pullover Production Müsste es eigentlich Gehen Ich würde das noch Abfeiern Wenn man Pfeil Und Bogen Hier haben könnte Dann könnte man Schon nachhaltig leben Bleibt mit Stähne Bleibt mit Stähne Ich check nicht Warum die nicht Ihre Muscheln Droppen Du hast immer so Mukus Wer will das Was ist das Überhaupt Spines Kann man mitnehmen Für Aktionen mit Ginger Weißt Zum Schein Aber eigentlich Brauchen wir Worn Für Meine ich Worn Für Worn Für Wisst ihr Mixerino Der ist so ein Sprachler Wisst ihr Der kann gut mit Sprachen Umgehen Und hat der Auge Auf mich gemacht Unglaublich Eigentlich nicht Zu verzeihen Aber Was soll man machen Armer Junge Muss man dem auch Ein bisschen helfen Manchmal Da ist ein Slama Dem muss man auch Manchmal helfen Wie viele Worn Für Haben wir Wir müssen Nachhaltig An Worn Für Kommen Ich habe mal Irgendwo Im Kopf Dass man Irgendwo Richtig Viele Worn Für Droppt Ich kann Mir das Nicht Muss Ich Wie viele Haben wir Denn schon Na 11 Ist das so Das ist so wenig Einfach Boah Da sind aber diesmal Viele Mr. Ladybugs Unterwegs Wonach wird das Ausgemacht Letztens war nur Einer hier Aber warum Fragen sich Völker Seit Jahrzehnten Ah guck mal Wer da chillt Oaks Hier kriegt es auch Eins Fleisch Vor allem der mag Fleisch Wir müssen Irgendwas finden Wo man bei Ginger auch Plus 4 kriegt Das wäre Am nachhaltigsten Da würde ich Am wenigsten Auge machen Weißt Komm ein Mr. Ladybug Machen wir weg Damit wir wenigstens Sound kriegen Und nicht immer Diese komischen Musik Bugs Wer lebt Da hinten Leute Da hinten Lebt hier Irgendwer Weißt ich Ich frage mich Aber so Die Leute Von Porsche Leben hier Und die Fragen sich Das nicht Die kennen Den auch Nicht Die leben Einfach Damit Dass da Jemand Lebt Random Einfach So Random Lebt Keiner Weiß Genau Wohin Ob Links Oder Rechts Ich weiß Was ich mir jetzt hole Bruder Jakob Beruhig dich bitte kurz Aber ich zeige dir Wie man lebt Normal Normal Zeige ich dir Wie man lebt Normal Bruder Jakob Normal 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 Gib mal Reit dem Ja Oh Eine Crystal Necklace Ich weiß Wie wir die Schenken können Ein ganz kurzer Ruckler drin Haben wir Nachhaltig Irgendwo Powerstone Crystal Haben wir Da haben wir Ah hier Nochmal On top Puh Die sind Solide Gemachte Steine Sind das geworden Über die Jahrzehnte hinweg Kristall Gib mal Powerstone Puh Das ist auch Ein fetter Stein Haben wir Ginger Wirklich schon Kristall Geschenkt Ich kann mir Nicht vorstellen Dass die das Nicht mag Puh Was war da Alles drin Boah Blattstone Plus 3 Solide Das sind Fette Dinger Hier Die geben Gut Vom auch Nachhaltig Sand Und so Und Copper Und Tin Und so Muss man ja Gar nicht mehr Rauslaufen Okay Das kann man Glaube ich Nicht abbauen Waren da Gerade Augen Kann man da Rein Man Ich hab mich Schon Gefreut Bisschen Gerade Kurz Dö 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 Okay den kriegen wir mit Den kriegen wir mit Puh da war sogar ein Topaz drin Ich weiß schon wem wir den geben können Meint ihr die mag auch so Kupfer und Tin Ohr Das wäre schon krass Aber warum nicht wenn die Topaz so mag Vielleicht kann die irgendwas daraus gewinnen Keine Ahnung Da haben wir noch so einen Stein Aha Was sind wir da mal abbauen Den hier Krass Wollte ich eigentlich gar nicht Aber egal kann man mitnehmen Und top Na Crystal aber keine Powerstones Powerstones machen die bisschen Auge Puh wird das Sieht aus Das wird das schlimmer Wisst ihr noch als diese Mission Brücke bauen Unsere schwerste war Wir kamen nicht klar auf unser Leben kurzzeitig Wir haben Auge gemacht Hey kriegen wir Hardwood Hardwood Mhh Beruhig Hab ich mir nur gedacht danach Richtig frechs Verhalten Und Tag hab ich gelegt Puh Leute Endlich nachhaltiges Grundstück Und der Baum lebt gut Passiert nix Aber Leute wir haben Ein nachhaltiges Grundstück Wie schön Was wir haben schon Komm wie viel Uhr wir haben Oder Jakob Wir müssen schnell schlafen gehen Okay Leute Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn ja ihr wisst Bescheid Kommentar Like Diet uns an Und es teilt mit euren Eltern Haut rein Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss